Und da sind wir wieder, ein Nachtzug nach Hamburg mit Reiko Schmidt, heute die 73. Sendung. Sagt mal, was glaubt ihr eigentlich, wer ist eine billige Autovermietung? Ich musste heute nach Stuttgart und brauchte dann einen Mietwagen und dachte so, oh man, die billigste Firma, die mir spontan einfällt, das ist die Firma Sixt. Habt ihr vielleicht schon mal gehört, diese orange Automarke, Autovermietfirma. Und ich bin dann ins Internet und habe dann heute Morgen da die Seite aufgerufen, www.sixt.de und habe mir einen Preis rausgesucht oder habe mir ein günstiges Angebot gesucht. Eigentlich wollte ich das günstigste überhaupt haben, denn ich musste gar nicht weit weg von Stuttgart und da hätte es auch der kleinste Wagen getan. Und wenn ich mich richtig erinnere, wie gesagt, heute Morgen geklickt, heute Mittag wollte ich den Wagen haben, war 180 Euro, was um die 180 Euro war der Mietpreis bei Sixt. Den super günstigen, den billigen, den ach so tollen, dachte ich, die haben ja wohl eine Macke. So ein schweineteures Auto, ich will doch nicht irgendwie eine E-Klasse um 20 Kilometer zu fahren. Es war nicht wirklich eine E-Klasse, also das war ein ganz einfaches Ding. Das haben die für so ein irres Geld verhämmert, wenn ich jetzt echt nicht völlig daneben liege. Na egal, auf jeden Fall war ich dann auf der Seite von Europcar. Das waren die Zweiten, die mir noch spontan eingefallen sind. Und da war das billigste Auto 59 Euro. Dann habe ich da angerufen, habe gesagt, ich brauche aber unbedingt ein Navi. Ja, machen wir 69 Euro und sie kriegen ein Navi. Dann haben sie ein vernünftiges Auto. Habe ich dann auch gemacht. Also Europcar ist viel, viel billiger als Sixt gewesen. Und jetzt abends sitze ich vorm Computer und denke, hey, irgendwie muss ich heute früh mich verklickt haben. Ich vergleiche nochmal die Preise. Und das habe ich gerade gemacht. Ich habe hier am Computer noch die beiden Masken offen. Ich habe einmal Europcar, billigste Variante. Ich habe einmal Sixt, billigste Variante. Und ich sage euch, jetzt um 23 Uhr 29 am 28. September abends ist das billigste Auto, was es bei Sixt gibt, das kostet 86,80 Euro plus 16,50 Euro Servicegebühr, sind 103,30 Euro. 103 Euro bei Sixt beim teuren und beim billigen Europcar 65,99 Euro. Das ist ein Unterschied, oder? Da liegen fast 40 Euro oder bald das Doppelte. Na, 40 Prozent ist Sixt teurer. Und die machen einen so auf super billig und das regt mich seitdem richtig auf. Wohin man guckt, diese ätzende Sixt-Werbung. Na, ätzend ist die ja nicht. Die ist ja eigentlich genial. Ich finde die immer ganz lustig. Aber sie ist so irreführend. Ja, diese Werbung, die hängt ja überall und die machen einen auf billig und sind so irre teuer. Wahnsinn. Echter Wahnsinn. Das muss ich euch, das liegt mir jetzt echt sowas von auf dem Herzen. Das muss ich euch unbedingt sagen. Kann ja wohl nicht wahr sein. Die machen einen so auf billig und sind dann so teuer. Aber es ist gar kein Einzelfall. Der Mediamarkt macht ja auch immer einen auf billig und dann haben die die fetten Preise und sind so teuer. Zusammen mit Saturn zumindest kommt es mir so vor, wenn ich manchmal mit anderen vergleiche. Wahnsinn, oder? Wir als Verbraucher, wir werden doch manchmal richtig vergaggeiert, ja. Ich will jetzt nicht verarscht sagen, sonst muss ich dann explizit dran machen an meinen Podcast. Aber das ist doch der Hammer, oder? Mann, 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 habe ich mich über Sixt heute geärgert. Und ich habe mich so gefreut, dass dann echt bei Europcar alles perfekt lief. Wir haben sogar einen Audi A4 bekommen, ja. Einen A4. Die haben uns abgegradet, weil sie kein anderes Auto hatten. Und das echt für 69 Euro. Wow, wow, wow. Da kann sich Sixt mal eine Scheibe abschneiden. Ja, also wie es günstig geht, kann man ja im Internet nachgucken. Vergleicht einfach mal im Internet, schaut euch das an. Ich wollte es selbst nicht glauben. Sixt, sackteuer. Viel, viel teurer als Europcar. Und machen einen auf billig. Mann, Mann, Mann. Aber es gab dann auch noch was Schönes. Der Hinflug heute nach Stuttgart. Da habe ich irgendwie gedacht, ich bin gar nicht mit Lufthansa unterwegs. Denn vielleicht kennt ihr das. Die kommen mit ihrem Wagen ja durch und fragen, ob man was trinken möchte. Und meistens möchte man ja auch was trinken. Und trinkt da so seinen Kaffee. Und mein Nachbar, der bestellte sich eine Apfelschorle, stimmlich einen Apfelsaft. Und dann fragte ich so, dass nachdem sie ihnen den Apfelsaft gereicht hatte, darf ich ihr noch was Warmes servieren? So à la Tee oder Kaffee. Und das fand ich schon völlig erstaunlich, weil das sonst nie vorkommt. Also so oft, wie ich fliege, ist mir das bis jetzt noch nicht passiert. Aber die haben dem explizit noch einen warmen Drink dazu angeboten. Also er sollte unbedingt noch ein zweites Getränk nehmen. Und naja, das war ja erstmal soweit okay. Aber zehn Minuten später kommt die mit ihrem Wagen schon wieder vorbei. Möchten sie noch ein Getränk? Dürfen wir ihnen noch was anbieten? Und ich dachte echt, mit welchem Unternehmen bin ich hier unterwegs? Das war ja, sonst ist man ja irgendwie immer in der Service-Hölle. Und da haben die einem einfach noch einen Drink aufgenutigt. Und ich weiß nicht, woran das liegt. Haben die jetzt eine neue Service-Initiative? Oder warum macht das Lufthansa? Liegt es vielleicht daran, dass nach Stuttgart von Hamburg aus mehr als nur die Lufthansa fliegt? Da fliegt ja auch die Deutsche BR und da fliegt ja auch die Air Berlin hin. Machen die das deswegen? Ich kann mir das echt nicht erklären. Ich meine, ich finde es ja super positiv, dass sie sich ein bisschen ins Zeug legen. Aber es war auch nur so ein Einmalevent. Denn auf dem Rückflug heute Abend, quasi beim Nachtflug nach Hamburg, da war es schon wieder vorbei. Da gab es nur ein Getränk und damit war es gut, so wie man es halt gewohnt ist. Habt ihr eigentlich auch mal so eine Erfahrung gemacht, dass wenn irgendwo ein Mitbewerb auftaucht, dass plötzlich der Service besser wird? Oder habt ihr vielleicht auch schon mal überlegt oder etwas erlebt, dass jemand so einen auch super billig macht und dann eigentlich schweineteuer ist? Dann schreibt mir ein Nachtzug at E-Mail.de. Wird mich freuen, von euch zu hören. Das war's für heute. Wir hören uns morgen wieder. Euer Raiko. Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein. So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von IswasDog. Dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehung. IswasDog mit Malte Asmus. Überall, wo es Podcasts gibt.